Im heutigen Video teste ich den Chiefs Protein Bar in der Geschmacksrichtung White Mokka. Der Riegel ist komplett umhüllt mit einer zuckerfreien weißen Schokolade, auf der sich sehr viele Krispies befinden. Die Krispies sind von der Konsistenz her sehr knusprig. Direkt darunter befindet sich eine Schicht, die auf den ersten Blick aussieht wie eine Karamellschicht. Hier handelt es sich jedoch um eine Kaffeecreme. Die Proteinmasse ist von der Struktur her etwas fester. Die Creme, die sich unter den sehr knusprigen Krispies befindet, hat einen feinen Milchkaffeegeschmack. Und auch die Proteinmasse weist einen eher feinen Kaffeegeschmack auf. Es ist also nicht so wie bei einem Mokka, der kräftig und eher ein bisschen bitter ist. Das fehlt hier komplett. Von der Süße her war er am Anfang noch ganz angenehm. Je mehr man davon gegessen hat, desto süßer wurde es. Ich kann selbst nicht genau sagen, woran das gelegen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eventuell die weiße Schokolade war, die zu dieser Süße beigetragen hat. Aber ich finde den Geschmack trotzdem richtig lecker und denke, wer Kaffee mag, dem könnte diese Riegel durchaus schmecken. Jetzt geht es im Ausland gefühlten. Vielen Dank.